Wiener Opernball 2016. In wenigen Minuten beginnt die feierliche Eröffnung. Miriam Weichselbraun und Alfons Haider sind bereits in dem Ballsaal vorgetrunken. Ja, guten Abend aus dem schönsten und berühmtesten Ballsaal der Welt, zumindest heute Nacht. Und ein ganz besonderes Servus unseren Freunden nach Bayern. Und die Frau nehmen wir heute zum glücklichsten Mann Österreichs. Ist das nicht dein Traum, die sie mir im Weichselbraun. Also du schaust so toll aus. Aber du hast einen neuen Frack an, kann das sein? Ja, ich habe ja noch 20 Jahre nicht mehr einen Frack. Ja, 60. Ja, 60 Jahre. Alle warten auf die Eröffnung. Die Rolling Stones, meine Damen und Herren, hatten ja mal ein Motto, nämlich Üben ist für Feiglinge. Das ist in der Klassik natürlich was ganz anderes. Ich durfte gestern schon die Generalprobe zur großen Eröffnungsfeier sehen und kann versprechen, es wird sehr, sehr schön. Placido Domingo wird singen. Wow, toll. Und mindestens genauso schön wie der Gesang von Placido Domingo werden die Kommentare von Christoph Wagner-Trenkwitz und Cari Hohenluhe. Deren Motto auch lautet, ohne Proben ganz nach oben. Nein, also das können wir nicht an. Wir können uns nicht mit Placido Domingo vergleichen lassen. Herzlich willkommen noch einmal hier aus dem Bauch des Opernballes. Ja, wir sind in Topform, glaube ich, das kann man ruhig sagen. Topform sind wir, ja. Cari, wir haben was Tolles auf. Wir haben diese historischen Kopfhörer aus dem Jahr 1972. Modell Ötzi. Ganz etwas Tolles, glaube ich. Ich glaube, Thomas Alva Edison hat sie noch berührt. Sie stehen uns gut, sie kleiden uns, finde ich. Ja, man muss ein bisschen in die Opernball-Geschichte zurückschauen bei diesem 60. Opernball. Vor 60 Jahren der erste Nachkriegsball. Der allererste dieses Namens in diesem Gebäude war ja 1935. Und dann gab es einmal fünf und dann 16 Jahre Pause bis 1956. Wir haben es nur dem Umstand zu verdanken, dass der Opernball 1991 abgesagt wurde, dass nach 60 Jahren auch wirklich der 60. Heuer stattfindet. Beim ersten war alles anders. Die Eröffnung hat begonnen um 22.30 Uhr. Und bei der Eröffnung wurde noch gesagt, alle Paare tanzen Walzer. Das ist natürlich auch etwas Tolles. Hast du gewusst, vor 60 Jahren, wer die Hitparade angeführt hat? Fällt mir jetzt gerade ein, weißt du das? Keine Ahnung. Freddy Quinn. Freddy Quinn. Ich weiß nur, dass Bravo im Jahr 1956 gegründet wurde. Ja, wir sind zum 16. Mal am Start. Und sein Dutzend voll macht heute der Bundespräsident Heinz Fischer. Und wir werden sehen. Später wird er ja im Gespräch mit Miriam und Alfons sein. Da ist schon der Bundeskanzler Feinmann im Gespräch mit Dominic Maier. Der lässt sich natürlich nicht nehmen, ihn persönlich zu begrüßen. Den Bundeskanzler. Und seine Frau. Ja. Und seine Frau natürlich. Lässt ihn gar nicht in die Oper, würde ich sagen. War ja auch mal Politikberater in Elsass geboren. Dominic Maier 1905. Er hat sich Film festspielen kann. Dafür war er zuständig. Daisy Dreichelstürk. Ganz alleine. Einsam. Sie weint noch nicht. Noch nicht. Aber es kann jeden Moment kommen. Ich glaube, wir sind guter Hoffnung. Dass sie weint oder dass sie nicht weint? Nein, dass sie in Emotionen... Wartet. Wartet. Schau mal. Im eigenen. Jetzt begrüßt auch Sie. Das Kanzlerpaar, die Daisy. Verliert sie wieder einen Ohrring? Das ist immer die Frage bei der Daisy. Ja, ist Baum jetzt schon verdächtig? Nein, es geht nicht. Aber der Polizist hat da alles im Griff. Er tut so, als würde er nicht dazugehören. Aber was ist jetzt passiert? Das nennt man Ballfieber, Karin. Das ist die Frau Salmhofer, die Pressesprecherin des Herrn Bundespräsidenten, die immer sehr hilfreich ist. Schau, auf dem Ring wird gegen die Einbahn gefahren. Ich finde, das ist ein großartiger Moment. Das gibt es nur am Opernball. Selbst die Gay Pride, Love, was auch immer, Parade geht im Uhrzeigersinn. Aber jetzt diese Polizeiautos... Das kann nur eines bedeuten. Dass sich der Bundespräsident nähert, wenn seine Pressesprecherin schon da ist. Bundespräsident 1956, Kari, weißt du, wer das war? Das war der Körner Christoph. Theodor Körner Christoph. Nein, Körner Theodor war das. Und Bundeskanzler? War, glaube ich, der Raab, oder? Julius Raab, vollkommen richtig. Und wer war Staatssekretär? Einer der Staatssekretäre war Bruno Kreis. Du bist so angestriebe. Du bist unsympathisch angestriebe. Und ein Minister namens Fiegel, dessen Tochter Anneliese damals eröffnet hat, ebenso wie Christiane Hörbiger und ihre Eltern, Paula Wesseli und Attila Hörbiger, die waren natürlich damals anwesend. Natürlich. Und ich glaube jetzt, das sind die weißen Neuse vorne. Und wer kann da jetzt drinnen sitzen? Was glaubst du? Raten. Wir haben auch einen Rat gespielt. Keine Nachspeise, sondern ein Staatsoberhaupt. Es handelt sich um, links sehen wir den Herr Bundespräsidenten. Er ist ohne jede Hilfe ausgestiegen. Und rechts. Das ist der finnische Staatspräsident. Sein Staatsgast. Genau. Sauli Weinemü Nienistö. Finnische Amtskollege. Der Herr Bundespräsident trägt übrigens einen finnischen Orden. Und jetzt rat einmal, was der finnische Präsident für einen Orden trägt. Einen Burgenländer. Ich weiß es nicht. Es ist ein österreichischer. Nein. Haben die Dino schnell ausgetauscht vor der Veranstaltung? Ehrlich gesagt, da fragst du nämlich zu viel. Margit Fischer ist jetzt ausgestiegen. Und die Frau von Präsident Sauli Nienistö. Ja, die ist übrigens, hast du gewusst, eine Lyrikerin? Jenny Elina Haukio heißt sie. Sag es noch einmal. Jenny Elina Haukio. Eine Lyrikerin. Ihr Debütband hieß, dein Hemd gleitet über mich. Sehr schön. Den Textildrama. Miriam, wo wartest du? Ja, letzter Ball von Heinz Fischer und der erste für diese Herrschaften. Ja, bei solchen Titeln, Buchtiteln schlägt mein Poetenherz natürlich höher. Aber auch bei diesem Anblick. Denn Jung Damen, Jung Herren, Komitee ist jetzt hier schon ungefähr in Aufstellung. Also noch ein bisschen durcheinander. Aber das nimmt gleich noch Form an, oder? Ja, das wird noch eine sehr schöne Form annehmen. Wir werden dann eben reinmarschieren und alle gerade aufgeleitet. Wird sehr schön werden. Ist dir jetzt schon warm? Weil jetzt wird es ja nachher richtig erst schnell. Es geht ja erst los. Mir ist es jetzt schon warm und ich bin jetzt schon sehr nervös. Du siehst wunderschön aus, wenn das hilft. Dankeschön. Wie schaut es bei euch aus? Geht man jetzt im Kopf nochmal die ganze Choreografie durch? Mittlerweile sitzt sie ganz gut. Wir haben gerade eben noch einmal geprobt. Und wir werden einfach auf die Musik hören und dann klappt es. Ich habe ja gehört von jemandem, der bereits mal eröffnet hat, dass man eigentlich praktisch kein Privatleben mehr hat, wenn man für diesen Opernball probt. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Also es ist schon sehr viel Aufwand und man bereitet sich auf alles vor. Es ist nur noch so ein Mädchen, man holt sich das Kleid, man macht sich hübsch natürlich. Aber also man hat schon ein Privatleben, ja doch. Hat auf jeden Fall funktioniert. Alle schauen sehr hübsch aus. War das eine lange Findung? Hast du lange überlegt, welches Kleid es wird? Ja, natürlich. Man überlegt immer lange und dann immer zum Schneiden und dann doch enger und wieder. Zumindest hat man geholfen mit der Farbe, ja. Also die Frage hat sich nicht gestellt. Übrigens heute 156 Paare im Einsatz. Geplant waren 144 und alle Ersatzpaare. Es gibt immer Ersatzpaare, falls irgendjemand krank wird oder so. Ist jetzt aber alle original, gell? Ja, aber alle Ersatzpaare sind im Einsatz, weil eben doch jemand krank geworden ist oder Skiunfall. Sprich für viele Paare heute ein ganz besonderer Abend, weil unverhofft kommt oft. Nein, wir blicken einfach jetzt in den Saal. Gypsophila, das gute alte Schleierkraut. Es sind ja eigentlich kein Blumenschmuck, es sind Blütenwolken. Ja, ich war auch ganz aus den Blütenwolken, wo ich gehört habe, dass die kommen. Und ich darf dir aber sagen, sie sind sehr gut für und gegen Huspenrätze. Huspenrätze. Ja, ganz genau. Gypsophila, das rispige Gipskraut. Geri Kessler weiß das natürlich ganz genau. Rie-Gips. Kurz Rie-Gips genannt. Geri Kessler, kein Liveball heuer, aber ein Opernball, immerhin. Und Dancing Stars, wer da mitmachen, Christoph. Schau, hier wieder ein Blick auf das schöne Schleierkraut. Es ist übrigens schaumbildend und kommt in Feuerlöschung zum Einsatz. Toll recherchiert, da hat man die Metallizzato, wie das die Italiener nennen, die metallisierten Schleierkräutlinge. Pam Anderson. Der Überraschungsgast. Ja. Wer ist der Mann in ihrer Seite? Herr Wess, Herr Wess, Herr Wess. Ah ja, das ist der Botox Junior. Ja, genau, genau. Hat ja, oh, Anthony Delon schaut dem Herrn Papa sehr ähnlich. Ja, absolut. Er vertritt ihn heute alleine, krank geworden. Und der Sohn ist aber auch nicht schlecht. Auch schon 51, auch kein Kind mehr. Und hier wandern wir von Loge zu Loge. Kannst du jemanden erkennen? Lauter gespannte Ballgäste. Pam Anderson, habe ich erkannt. Der war jetzt 2003 das letzte Mal da, eben mit dem erwähnten Kid Rock. Ja, die Lotte Tobisch. Lotte Tobisch natürlich. Herr Urbanek hinten, der jahrelang für die Kronenzeitung Fernsehkritiken geschrieben hat. Sonja Klima dahinter. Lotte Tobisch, sie feiert ihren 90er heute. Wir haben ja die Doku von Lisbeth Bischoff gesehen. Also eine wirkliche Dame, die den Ball ja zwischen 1981 bis 1996 geleitet hat. Was würde man ohne Handy machen? Ja, deswegen ist es ja ein so besonderer Abend für die jungen Damen und Herren, weil es ist zwei Stunden ohne Handy. Das ist die Frau von Herrn Bürgermeister Heupel, Herr Bundeskanzler, Herr Brandstetter, der Justizminister, Herr Stöger, der Vizekanzler Mitterlehner. Und der Romberg, dessen Großneffe, jetzt ist er aus dem Bild verschwunden, dessen Großneffe heute eröffnet. Welche Herrschaften sind denn in diesen letzten 30 Minuten so in die Oper gestürmt? Welche Gäste sind dabei, die hier die Gypsophila Paniculata sehen wollen? Das gute alte Schleierkraut. Eine bescheidene Pflanze. Aber sie zittert. Sie zittert mit den Debutanten mit heute, habe ich gehört. Sie dient ja normalerweise zur Untermalung. Dominik Mayer, was macht der hier? Schaut auf mich. Der Hausherr wird wohl nicht reingelassen. Das beginnt ja schon sehr, sehr gut. Und Olga Beretiatko, Sascha Götzl, die Eröffnungskünstler. Das ist das japanische Eröffnungspaar. Das ging zu schnell. Das ist der Vergeschmack. Das ist sehr hübsch. Für ein Gschnass genau das Richtige. Mariela. Magic Christian, der Zaubernde. Was hat der im Hut, was er herauszaubern wird? Ja, wunderschöne Damen. Eine Augenweide. Rot ist die Farbe nicht nur des Teppichs. Da ist der Franz Sobel. Ich habe ihn erkannt. Gut, Maxi Blacher. Na, ein Standgast. Der Franz Karl. Er hat uns gesehen. Hallo, Karl. Hallo, Karl. Das ist die Lydia Beich mit... Andreas Schager, einem österreichischen Heldentenor. So was gibt's. Georg Schiel, sehr tief ausgeschnittenes Kleid im Rücken. Vor allem hinten. Ja, wen sehen wir noch? Die Korrelsch. Elisabeth Hirnigl, eine PR-Fachfrau mit dem Herrn Fletzberger. Matthias Fletzberger. Pianist. Geri Kessler. Geri Kessler. Ballorganisator in Ruhe. Stefan Rosowitski. Brandstätter, Minister Brandstätter. Der Justizminister. Sonja Klima. Schöne, unbekannte. Pam. Pam. Einen jungen Botoxisten. Hinten sind die Botox-Brüder. Ganz kurz. Ich hoffe, wir haben noch die Möglichkeit. Nachher. Aber ganz bestimmt. Ja, wir sind zurück im schönen Saal. Die Korrelsteher versehen ihre Pflicht. Und auch der Alfons. Die Komiteetreiber. Ja, und Alfons ist natürlich auf seinem Posten. Aber wo? 60 Jahre. 6 Jahrzehnte, meine Damen und Herren. Und hier steht die Frau, die fast ein Jahrzehnt die wichtigste Frau des Wiener Opernballs ist. Und war, ob noch immer ist. Die ganze drei Stunden. Ich bin es noch. Ich bin es. Was heißt drei Stunden bis 5 Uhr früh? Ach so, ja. Aber bis 5 Uhr. Da sind wir dann schon weg. Dann kann man alles machen, was man nicht macht. Aber trotzdem geht der Ball weiter. Gibt es ein Klarsalon bei uns auch schon? Ja, natürlich. Das hast du uns immer verboten. Nein, weil du immer gehst. Ich habe eine kleine Überraschung. Der Operball hängt nicht nur offiziell mit dir zusammen, sondern da hinten, vielleicht blenden wir das einmal ein, ist ein wunderbares Bild einer bildhübschen jungen Dame. Das ist deine Mama. Meine Mama, ja. Die hat 56 auch hier eröffnet. Und wir haben uns ja den Ball zum Anlass genommen, heuer das 60-jährige Jubiläum eine Hommage an 1956 zu machen. Und auch an die Deputanten. Und es hängen hier viele Deputanten. Es ist eine riesige Liste links und rechts vom Jungherrn-Jungdamen-Komitee. Und ich glaube, ja, es rührt mich, weil es ist alles schwarz-weiß. Es ist Geschichte. Und es ist, die waren damals ziemlich mutig. Haben sich deine Eltern damals schon gekannt? Natürlich haben sich meine Eltern gekannt. Aber jetzt bin ich da auch kennengelernt, oder wie? Nein, nein, meine Eltern haben sich gekannt und mein Vater hat hier den Ball um ihre Hand angehalten. Wow. Und damit bist du eigentlich mehr oder weniger ein Erzeugnis des Wiener Opernballs, nicht? Ja, ich und meine vier Geschwister, ja. Eine Überraschung, ob du da heute ganz besonders stolz sein wirst. Weil es gibt ja einiges, das du anbieten wirst, weil 60er Opernball sind. Also es gibt das schnellste Komitee, das es je gab, Jungherrn-Damen-Komitee, die tanzen Galopp zum ersten Mal. Und ich muss dir was zeigen, sie haben mir vorher geschenkt, 60. Opernball, in Liebe, deine Deputanten. Ist das nicht wahnsinnig nett? Das wird heute aber nicht so oft zum Einsatz kommen, hoffentlich. Ah, ich habe es die ganze Zeit mit, ich denke, ich bin gewappnet. Nein, wir haben schöne Sachen, wir haben diese Ausstellung, wir haben ein bisschen Retro, wir haben die Blumen ein bisschen reduziert. Wahnsinnig elegant, um ein bisschen Anlehnung auf die Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Welches Tier trägst du hier? Ein Huhn. Welche Federn sind diese? Mehrere Hühner. Sensation, Barbara Schöneberg sagt, sie würde dir das Kleid ausziehen am liebsten. Ich gebe es ihr nicht. Was hat sie heute an? Ich habe sie noch nicht gesehen. Ein bisschen nude. Wir haben beide ziemliche Oberweite, also vielleicht können wir tauschen. Wir können jetzt mit dir eine halbe Stunde weiter plaudern, aber der Staatsakt muss weiter rollen. Ich darf dich am Schluss zu unserer Sendung noch einmal, ich freue mich auf alles Gute, toll, toll, toll. Danke dir, danke dir, danke dir. Desi trägt mehrere Hühner, das ist jetzt wirklich interessant, das haben wir jetzt gelernt. Ja, und die Ausstellung im Marmosaal hat ja bewiesen, der erste Opernball war schwarz-weiß. Das hat sich natürlich geändert. Hier ein Blick in den Ballsaal. Und unser geliebtes Schleierkraut. Ja, natürlich. Tanzfläche 800 Quadratmeter. Ich muss noch was zum Schleierkraut sagen. Du hast nicht gewusst, dass die Staubblätter länger sind als die Krone, stell dir das vor. Das ist so wie bei dir, gell? Du willst mir die Krone des Defloristen entreißen, habe ich das Gefühl. Brooke Shields, abgewandt, aber wie erkennen Sie an der Achsel? Es hat auch Botox genommen, der Richard Liebner. Genommen, es wurde ihm, nein, wurde ihm zugeführt. Das habe ich in der Zeitung entnommen. Aber ich glaube, jetzt wartet die Barbara. Richard heißt mit zweiten Namen Siegfried Lugner. Aber viel wichtiger ist jetzt die Barbara im Steepater bei den Künstlern. Ich bin hier bei den Künstlern der Wiener Staatsoper und bei Ihren Gästen. Alle hier versammelt. Andreas Großbauer, Vorstand der Wiener Philharmoniker. Dennis Scherivischko, ein ganz wichtiger Tänzer, der am Samstag große Ballettvorstellungen hat. Ludmila Konovalova vom Ballett. Ballettdirektor Manuel Legris, Juno Co., die im schlauen Füchslein singt. Herr Direktor Dominik Mayer. Und ich begrüße noch Nina Polakova. Herr Direktor für diesen Seel. Daniel Liniz, ein Gast des Theaters an der Wien. Ebenso wie Nino Maciejce, John Osborne. Es sind alle gekommen, die Sie eingeladen haben. Herr Direktor, 60. Ball. Sie haben sich was ganz Besonderes ausgedacht und haben zwei ganz große Publikumslieblinge hierher geholt. Placido Domingo und Wladimir Malachow. Und dazu eine ganz spannende junge Sängerin. Ja, Olga Pericciacco. Sie werden sehen, sie hat gerade eine wunderschöne Serie Rigoletto hinter sich. Das Publikum hat getobt. Sie ist schön, sie hat eine wunderbare Stimme, sie ist ausdruckvoll. Und sie hat ja auch Operalia gewonnen, also das Wettbewerb von Placido Domingo. Also es bleibt in der Familie. Ich war bei dem Publikum, das getobt hat. Ich habe noch nie eine Gilda so toll sterben gesehen. Diese jungen Schauspieler, Sänger, Persönlichkeiten, die können wirklich alles. Ja, sie können wirklich große Emotionen provozieren. Das ist genau, was wir wollen. Ein wunderschöner Ballsaal. Gespanntes, aufgeregtes, freudig aufgeregtes Publikum. Alle Künstler hinter Ihnen versammelt. Ein Moment glücklich und zufrieden zu sein? Ja, es ist glücklich. Ich sehe viele glückliche Gesichter im Saal. Ich sehe die Philharmoniker, die warten auf den Auftritt. Ich weiß, dass die Debutantinnen und Debutanten jetzt sehr gespannt sind. Und ja, ich hoffe, dass wir alle zusammen, sei es hier im Haus oder am Fernsehen, einen schönen Abend verbringen werden. Ich bedanke mich, freue mich auf die Öffnung. Und wir erwarten jetzt die Ankunft des Bundespräsidenten und seiner Gattin. Meine Damen und Herren, wir sind hier im Teesalon. Der österreichische Bundespräsident Heinz Fischer und seine Gattin Margit sind hier. Guten Abend, Gneefau, guten Abend, der Bundespräsident. Die offiziellen Staatsgäste heute der Republik sind der finnische Staatspräsident Sauli Nieniste und Jenny Elina Haukjou. Hüvea Ilta. Hüvea Ilta. Hüvea Ilta. Thank you for your beautiful finish. Well, this is the finish with my finish, believe me. Herr Bundespräsident, zwölf Jahre Opernball liegen jetzt auch hinter Ihnen. Was am Anfang noch wie Pflicht wirkte, scheint jetzt eine freudige Aufgabe zu sein, unter Anführungszeichen Aufgabe. Haben Sie den Opernball lieben gelernt? Also lieben tue ich meine Frau, nicht den Opernball. Aber ich finde, es ist eine schöne Veranstaltung. Österreich präsentiert sich von einer sehr guten Seite. Und jemand, der mal einen Opernball erlebt hat, der will das nicht vermissen. Und ich habe zwölf erlebt. Also das ist eine ganz schöne Zahl. Es sind turbulente Zeiten weltweit, gerade in Europa momentan. Was sagen Sie jemandem, der meint, es wäre nicht angebracht zu feiern in diesen Zeiten? Naja, das Problem besteht natürlich. Und es gibt sicher solche Leute. Aber wir haben ja ein bisschen Erfahrung oder wir haben ja ein bisschen gelernt. Also wenn eine ganz große Katastrophe aktuell passiert, wie zum Beispiel der Beginn des Irakkrieges, da ist auch schon einmal ein Opernball abgesagt worden. Aber ansonsten glaube ich, dass man auch in schwierigen Zeiten ein kulturelles Ereignis begehen darf, feiern darf. Und die Welt wird ja nicht besser, wenn man den Opernball absagt. Also das muss man sich sehr sorgfältig überlegen. Heuer, glaube ich, hat es keine ernsthaften Überlegungen gegeben, den Opernball abzusagen. Obwohl wir in einer sehr schwierigen Phase der Entwicklung Europas leben. In diesem Jahr finnische Staatsgäste. Was verbindet denn Finnland und Österreich? Sie waren ja bereits dort auf Staatsbesuch. Also Finnland und Österreich verbindet sehr viel. Wir haben viel miteinander zu tun. Ich war mindestens ein halbes Dutzend Mal in den letzten 20 Jahren in Finnland. Wir sind zwei neutrale Staaten. Wir haben einen guten wirtschaftlichen Austausch. Wir haben ähnliche Probleme. Wir nehmen in der Europäischen Union ähnliche Positionen ein. Und es gibt menschlich einen sehr guten Kontakt zwischen Finnland und Österreich. Und das Ziel dieses Besuches ist, diesen Kontakt und die Zusammenarbeit noch auszubauen und zu verbessern. Mr. President, is this your first visit to Austria? Sehen Sie zum ersten Mal hier? Certainly not. This is my first state visit, but I have been in Austria almost 10 times earlier on. Der Präsident war schon zehnmal in Österreich, aber das erste Mal der Staatspräsident. As we got an information, Finnish people like to dance. And it's the Tango, is that true? It is the Tango. They do it in Argentina and in Finland. Do you believe me? I believe you. Are you a dancer, sir? Well, my wife still has her shoes. You're a very good diplomat. Tonight is fun, Mr. President. Tomorrow is work with your colleague, the President of Austria. Heute is the Spaß. Morgen is the Arbeit mit dem österreichischen Amtskollegen Fischer und österreichischen Politikern. The Talks Tomorrow. What kind of influence on world politics is possible from such small populated countries like Finland and Austria? Was können kleine Länder wie Österreich und Finnland gemeinsam erreichen auf der weltpolitischen Bühne? I believe that actually small countries, countries like Austria and Finland, has an excellent position of looking around, making notice of things, maybe the bigger ones don't see that clearly, because a small is always, well, very keen on noticing things. Er, seine Excellenz sagt, dass also die Beobachtung kleiner Länder wie Österreich und Finnland vielleicht bedeutender ist, weil große Nationen nicht so Wert legen auf das, was ihnen speziell auch auffallen kann. May I ask you a wonderful wife? Ma'am, you're a very well-known author. Sie ist eine sehr bekannte Autorin in Finnland. One of her books is called Do You Hear the Music? Eines ihrer besten Erfolge und größten Erfolge hieß Hören Sie die Musik? Do you listen to Austrian music? Yes, of course, because world's best composers come from Austria. And they are a great inspiration for everyone having artistic hobbies all around the world, so definitely, yeah. There's also a place. What do you play, ma'am? Sorry, accordion, accordion. Also, das war ein ganz großes Kompliment an die österreichischen Komponisten. Last question for you. I found out you might like to dance, but your husband not. Yes, so we have to see what happens. Okay, thank you so much so far. Frau Fischer, auch für Sie zwölf Jahre Wiener Opernball. Welche sind denn die schönsten Erinnerungen an dieses jährliche Event? Eigentlich sind es elf, weil ich das letzte Mal nicht da war. Stimmt, 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 stimmt. Aber ich meine, ich würde sagen, das eindrucksvollste Erlebnis war der erste Opernball 2005, weil ich realisiert habe, dass der Opernball nicht nur ein Tanzevent ist, sondern dass es auch die Gelegenheit ist für die Wirtschaft und für die Wissenschaft, für die Politik, Leute, Freunde aus dem Ausland einzuladen und sich erkenntlich zu zeigen und sich als guter Gastgeber darzustellen. Und es kommen unsere Gäste aus dem Ausland sehr gern und Österreich kann sich auf die Art sehr gut positionieren. Und ich kann sagen, wir hatten Sie auch immer sehr gerne hier als Gäste, den Bundespräsidenten und seine Gattin. Und ich bin ein bisschen wehmütig, falls Sie es auch werden, ich habe noch Abschiedsgeschenke für Sie mit dabei. Und zwar einmal, oh, it's a Fisher. Das ist für Margit Fischer mit einem Monogramm, bitteschön. Und natürlich auch dasselbe für Ihren Gatten. Moment, ich muss meine Tasche finden. Ich hätte sein Wunderkleid. Es ist wie Mary Poppins. Oh, it's a Fisher für Heinz Fischer. Vielen herzlichen Dank. Das kann ich brauchen. Vielen Dank. Kleines Abschiedsgeschenk. Aber wir sollten die Tradition aufrechterhalten und uns einmal im Jahr vielleicht treffen zum Gespräch. Wunderbar. Vielen herzlichen Dank, Herr Bundespräsident. Ihr macht es sehr gut. Danke. Vielen Dank. Mr. President, ma'am, the President and his wife are going to bring him to the big ballroom. That's the official opening of the Opera Ball 2016. Have a nice evening. Herr Bundespräsident, Frau Fischer, ich darf auch noch sagen von allen Kollegen, Sie haben viel hier geändert im Teesalon. Dieser Teesalon ist menschlich geworden wie nie zuvor. Dankeschön. Genießen Sie diesen Oper Ball. Auf Wiederschauen. Grüß die Hand. Wann kommt hier ins Bett? Wann müssen wir? Um vier müsst Schluss machen. Gut. He's the boss, you know. He's really the boss in the country. Madame, bye-bye. Have a nice evening. Dankeschön. Dankeschön, Mr. President. Also bis vier Uhr haben wir auszuharren. Dann dürfen wir gehen, Christoph. Nein, ich habe das anders verstanden. Unsere Sendezeit ist ja noch bis knapp nach Mitternacht. Also werden wir schauen, wie lange wir da noch bleiben. Also eine Lyrikerin an der Seite des finnischen Präsidenten und auch Margit Fischer ist ja im letzten Jahr unter die Autorinnen gegangen. Mit ihrer Autobiografie, was wir weitergeben. Aber im Parkett haben die Fanfarenbläser des Bühnenorchesters der Wiener Staatsoper Aufstellung genommen. Die gute alte Opernballfanfare von Karl Rosner. Und da ist die Mittelloge. Das ist ein interessanter Blick von hinten. Jetzt füllt sich die Loge. Wittolf Werner, Leiter des Bühnenorchesters der Wiener Staatsoper, ist die Nummer 1. Hier ist die Nummer 1 des Staates. Ich bin gespannt, wer nächstes Jahr an dieser Position stehen wird. Ein Kandidat sitzt ja in der Longe, Richard Lugner. Da muss er lächeln. Der hat ihm gedacht. Vizekanzler Mitterlehner. Da die finnischen Staatsgäste. Und Merlina Haugger und Sauli Niniste. Und dann des Präsidenten wird über die Schulter fotografiert und gefilmt. Das war die Opernballfanfare. Und bei der nun folgenden Bundeshymne schweigen die Lippen natürlich. Musik Amen. Nun darf sich natürlich niemand hinsetzen, denn die finnische Hymne folgt. Mame heißt die Hymne überraschenderweise, ich dachte das ist ein jiddisches Volkslied, aber Mame heißt unser Land auf Finnisch. Wird mehr geliebt als unser Nord, hier ist unser Väter hart. Die finnischen Gäste singen mit innerlich. Und noch eine dritte, die gemeinsame Europa-Hymne. Das Wiener Opernballorchester unter Andreas Sperry, der ist der Dirigent Nummer 2 bei dieser Opernballeröffnung. Zum siebten Mal ist er dran, Chefdirigent des Kairo Symphony Orchestra. Das Opernballorchester selbst, das spielt zum 34. Mal. Von Beethoven zu Karl Michael Zierer. Die Fächer-Polonaise von ihm. Gelernter Hutmacher war er eigentlich, aber eben auch Hofballmusikdirektor. Und ganz vorne Roman E., wir glauben Elvis Swabek. 2009 war er mit 31 Jahren der jüngste Zeremonienmeister. Heute ist er zum achten Mal dabei und mehr denn je. Links die hübsche Dame ist seine Frau Elisabeth. E heißt sie nicht, aber Swabek. Und dahinter sehen wir schon die Eröffnungskinder. Clara Planegger und Jakob Soravia. Die beiden sind Cousins und vielleicht gibt es einen Blick in die Loge hinauf. Dann sind sie Willinger. Erwin Soravia, Marion Soravia. Und da ist die Schwester dazu, das ist die Maria Planegger. Christian Planegger kann ich sehen. Eine große Begeisterung herrscht hier in den Debütantinnenlogen. Katharina Knobloch. Sicherheit wird groß geschrieben. Ihr Vater besitzt eine Sicherheitsfirma. Und ihr Partner, den kennst du auch. Das ist der Ferdinand Schludermann. Erbe des Gutes Thronhof bei Maria Saal. Dahinter Livia Zanella. Ihr Vater war zehn Jahre lang Ballettdirektor. Renato Zanella in diesem Hause hat zehn Opernballeröffnungen choreografiert. Also die Balletteinlagen. Die warten schon, dass sie hinaus dürfen. Miriam hat es erwähnt. 156 Paare. Das ist eine überraschende Zahl. Debitantinnen und Debitantinnen aus acht Nationen. Das ist ein japanisches Fräulein. Der Roman E. Swabek ist ja heuer erstmals gesamtverantwortlicher für alles, was sich rührt. Das sind Pärchen, die wir nicht kennen. Aber wir werden sie kennenlernen. Mit sicher. Das ist auch Schleierkraut. Hier gilt die Rettungsgasse. Und ich glaube, hier ist gerade die Miss Austria aus dem Bild geschwebt. Nein, da erkennen wir doch deutlich den Flieder. Jörg Doll hat auf eine gute alte Wiener Tradition zurückgegriffen. Fliedersträußchen für die Debitantinnen. Und hier sind die Krönchen. Rising Star. Marie Boltenstern ließ sich von der vollendeten Harmonie der Staubblätter einer Blüte inspirieren. Hast du das gewusst? Nein. Das ist die Loge von Marie Boltenstern. Aber sie schaut nicht, das ist gar nicht mehr. Ja, da ist sie mit japanischen Gästen. Und Evelyn Heim Swarovski sitzt hier auf der linken Seite. Japanische Gäste. Ist natürlich gut für die Karriere, so ein Krönchen zu designen. 2006 hat Marie Boltenstern debütiert und ist meiner Ansicht nach die erste Debitantin, die dann zehn Jahre später auch gleich ein Krönchen draufgesetzt hat. Die müssen heute einiges aushalten, diese mit. Stefan Rosowiczki blickt da hinunter. Christian Kircher verschwindet gerade aus dem Bild. Daniel Seraphine. Da ist Barbara Schöne. Die schaut aber böse. Bisschen böse, aber es macht nix. Auch nicht schleierkrautfrei. Gypsophila allüberall. Riggips, habe ich schon gesagt. Ein frispiges Gipskraut. Ein bisschen ein Zungenbrecher, aber Riggips wird bleiben. Ich glaube, sie ist stolz. Kann sie auch sein auf ihre Krönchen, die sie designt hat. Der Großvater Erich Boltenstern hat ja die Wiener Staatsoper wieder aufgebaut. Er hat aber auch den Ringturm gebaut übrigens. Und er hat, bitteschön, Kari. Flugschilds. Wunderbar. Der Lugner 50 selbst. So weit. Siebenmal für die Goldene Himbeere nominiert. Der Preis für die schlechteste Schausprinke. Er hat aber nur dreimal gewonnen. Für Filme wie Wehrwolf wie der Willen oder die Muppets erobern Manhattan. Das waren noch Filmzeiten. Aber eine wunderbare Frau. Face of the 80's. Brooke Shields. Und auch ein Broadway Star. Können nicht alle. Kann auch noch singen. Ein guter Blick auf die Krönchen. Ein wunderschönes Bild, das uns der Kameramann da geschenkt hat. So viele freudige Gesichter. Das ist Alexander Romberg, Christoph. Der Neffe. Großneffe. Von Günter Romberg und Enkel von Walter Heinz Romberg. Und wer dessen Frau ist, die ist auch da. Das ist seine Großmama. Edi Zimmermann. Edi Zimmermann. Die hat, glaube ich, 1964 Innsbruck gewonnen. Olympia Silber. Eine Skiläuferin. Die jetzt ihrem Enkel Alexander winkt. Besonders sympathischer. Das ist Klaren Planegger. Wir schwenken die Reihen ab. Die große Dame. Das ist die Miss Austria. Annika Grill. Und auch ihr Partner. Aber den sehe ich jetzt. Der steht zwei dahinter. Zwei dahinter. Das ist Fabian Kitzweger. Der ist auch ein Mister oder so. Ein Mister Austria. Ja, ist ein Kopf kleiner als sie. 1,77 ist sie groß. Und ich glaube, er ist der Fitnesstrainer von Alfons Heider. Möchte keine falschen Gerüchte in die Welt setzen. Aber man munkelt. Man munkelt. Ja, lauter strahlende Gesichter. Elisabeth Swabeck glättet die Reihen, wie das Schöne der Tanzlehrer Sprache heißt. Sie hat ein Kleid, ein rotes Kleid von Anelia Peschef an. Das dürfte die Loge sein. Die All-Event-Loge, wo die Designerinnen und Designer sind. Nena Roschek ist die Dame in der Mitte. Eine berühmte Designerin. Anelia Peschef hast du schon erwähnt. Jedes Geheim ist dort die Fächer Polonaise verstummt. Und das bedeutet, dass jetzt die Profi-Tänzer dran sind. Vom Wiener Staatsballett. Erstmals Applaus. Für diesen Einmarsch. Normalerweise gibt es Applaus erst beim Donauwalzer. Applaus für Sascha Götzl. Dirigent Nummer drei dieser Balleröffnung. Dessen Vater Peter Götzl heute erstmals unter ihm spielt. Und zwar den Akzelerationenwalzer. Voran die Jugendkompanie der Wiener Ballettakademie. Der Leitung von Simona Noja. Die sogenannten Elefen sind das. Wie hat der Walzer noch einmal geheißen? Das ist der Akzelerationenwalzer. Und gleich wirst du hören, warum er so heißt. Beschleunigung. Da ist sie. Das ist eine Akzeleration. Das ist eine Akzeleration. Es folgt das Chor de Ballet, die Ballettkompanie des Wiener Staatsballetts. Ja, wer die Choreografie gestaltet hat, das haben wir heute schon erwähnt. Aber ich erwähne es gerne noch einmal. Vladimir Malachow. Zu seinen Zeiten Jahrhunderttänzer und neuer Nureyev genannt. Mittlerweile unter die Choreografen gegangen. Hat hier schon zweimal choreografiert in der Wiener Staatsoper. einer Bayadere und ein Verdi-Ballett. Er macht es spannend mit dem Auftritt der Solistinnen und Solisten. Aber da sind sie. Voran Kirill Kurlaev und Olga Jesina. Es sind ja zwei Ehepaare heute am Werk. Die beiden sind das Erste. Ja, das japanische Paar Kyoka Hashimoto und Masayu Kimoto. Auch verheiratet? Ja, das ist ein paar. Beide stammen sie aus Hyogo in Japan in der Region Kinki. Natürlich. Olga Jesina aus St. Petersburg seit vorigem Jahr ist sie Österreicherin. Und Kirill stand aus Moskau. Da hinter Davide Dato und Nikisha Fogo war er kurz zu sehen. Er war italienischer Tänzer des Jahres 2015, Davide. Stammt aus Biela, ein Wallfahrtsort. Jetzt sieht man ihn links mit seiner Partnerin Nikisha Fogo. Aus Biela in Piedmont. Wallfahrtsort. Kenn ich nicht. Muss ich jetzt gestehen, kenn ich nicht. Ich kenn nur Kinki. Ist das noch immer der Walzer, der beschleunigt? Ja. Der Walzer ist ja eigentlich falsch. Es sind ja immer die Walzer. Es sind Walzerketten. Walzers. Ein vereitelter Handkuss. Zweimal vereitelter Handkuss. Very good life. Jetzt antworten die Damen auf die Herren. Das hat es Walzerketten mal auch oft gut gehört. Ein männliches Thema voran und eine weibliche Antwort. Und da schlägt sich Olga zu ihrem Ehemann durch. Übermorgen wird Kirill Kurlaev mit der Kollegin Hashimoto im Onyegin von John Krenko hier an der Staatsoper tanzen. Nikisha Fogo und Davide Dato dahinter. Michael Sosnowski und Nina Tonoli. Die Jugendkompanie blickt kühn in die Zukunft. Bald werden einige von denen da auch in der Mitte tanzen. Musik Jetzt sind wir wieder beim ersten Walzern. Dieser Walzer folgen. Es geht ins Finale. Olga Jesiner, zuletzt in der Schneekönigin an der Volksoper, sehr erfolgreich. Auch bis zum 31. März hat dieses wunderbare Ballett der Volksoper gespielt. Nina Tonoli, Niki Schafogo links. Niki Schafogo ist ganz interessant. Die Mutter ist Schwedin und der Vater ist ein Engländer mit Wurzeln in Jamaika. So eine hübsche Frau. Die Mutter ist Nina Tonoli. Sie stammt aus Belgien. Sie ist seit 2012 Mitglied des Staatsballetts. Grace Kelly des Balletts. So wird sie wohl nicht umsonst genannt. Und die Dame sieht Olga Jesiner. Dato Sosnowski voran. Die Kostüme der Solisten und Solistinnen stammen von Christoph Krämer. Enopeci, ich habe ihn noch gar nicht erwähnt dahinter. Das ist Enopeci am oberen Bildrand. Aus Albanien stammt er und er ist auch Ehrenbotschafter der Republik Albanien. Dieser Solo-Tänzer des Staatsballetts. Die Ehe hat ihre schönen Seiten. Volatimir Malachow, ich habe es ja erwähnt, er war selbst erster Solo-Tänzer hier an der Wiener Staatsoper. Debut als Romeo 1992. Unglaublich beeindruckender Tänzer, der hier eine klassisch elegante, festliche Eröffnungskoreografie gestaltet hat. Nicht gerade von Humor übersprühend, das muss ja nicht sein. Sechzigster Opernball. Klassisch elegant. Ich glaube, du suchst nach dem Wort gebieden. Du hast es gefunden wieder einmal. Allzeit beschleunigt. Das ist die Schluss-Streta. Die Solisten verbeugen sich nochmal, bevor sie eine kleine Menschen-Pyramide bilden. Alle zusammen. Alle zusammen. Und oben auf, Frau Vélezina, erste Solo-Tänzer in des Wiener Staatsballetts. Applaus für diese gediegene, danke Cari. Balletteinlage. Bravo von Monsieur Meyer. Daniel-Denise und der Rebecca Horner. Eine schöne Balletteinlage. Und jetzt wird Dirigent gewechselt, schon wieder. Dirigent Nummer drei tritt ans Pult. Kammersänger und Ballsaaldirigent ist er. Placido Domingo. Alle Tage ist kein sanfter Sonntag, aber wenn der gleichnamige Künstler Placido Domingo auftritt, ist ein Feiertag für Opernfreunde. Und das hören Sie jetzt am Jubel des Publikums. Anziatmeister schüttelt in die Hand. Was werden wir hören? Die Overtüre zu Gioacchino Rossini's Il Barbiere di Siviglia, Maestro Domingo. Die Overtüre zu Gioacchino Rossini, Maestro Domingo, Maestro Domingo, Maestro Domingo, Maestro Domingo, Maestro Domingo. Die Overtüre zu Gioacchino Rossini, Maestro Domingo, Maestro Domingo, Maestro Domingo, Maestro Domingo, Maestro Domingo. Die Overtüre zu Gioacchino Rossini, Maestro Domingo, 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 Maestro Doming Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2019 Applaus für den großen alten Herrn Plathio Deliningo, der Refrain hat dann auf Deutsch natürlich aber auch noch nie auf Spanisch gehört. Und die Namen aus dem Max-Im Der-Dame, die dort arbeiten klingen ja gleich in Spanisch oder Pre Kommentar Französisch hat kurz geblickt. Das ist Gailey,ぶinki Beckler, Felicitas Herberstein ist die Dame, die jetzt nach links schaut. Und wer schaut nach rechts? Da gehen die, na, hast du das gesehen? Jetzt schweigen die Lippen aber wirklich. Pam Anderson ist berührt. Lippen, schweigen die Lippen, schweigen die Lippen. 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 Der Großbauer. Der Großbauer applaudiert. Deniz Czeritschko. Der Konowalova war das. Jetzt gibt es Schleierkraut für die Diva. Das ist eine Freude. Olga Peretiatko übrigens in einem Kleid von Murat. Murat? Murat. Was hast du verstanden? Ich traue es mich kaum zu sagen. Du hast Borat verstanden. Ich habe Borat verstanden. Im Mai 2017 wird Domingo sein 50-Jahre-Jubiläum an der Staatsoper feiern. Ich weiß noch nicht, wird er feiern, aber wie wir seine Ausdauer kennen und die Liebe des Staatsoperndirektors zu ihm und des Publikums vor allem, wird sich da vielleicht ein kleiner Abend ergeben. Im Mai 1967 hat er als Don Carlo hier dedutiert. Küsse vom Chef für Domingo Malachow. Eine kleine Umarmung für Sascha Götzl. Und jetzt übernimmt wieder Roman Elvis Swabek die Führung. Zum ersten Mal seit Willi Frenzel 1979 Gesamtverantwortlicher für die Komitee Eröffnungskoreografien. Das ist natürlich die Fächerkoreografie. Mit der versammelt Roman Swabek seine Jungdamen und Jungherren für ein Medley der beliebtesten Eröffnungsstücke der letzten Jahrzehnte. Das ist die Frau Schiebel und Herr Duisig. Dahinter. Das ist Gerda Duisig, die Mutter. Freut sich natürlich. Einen Ast. Ja. Atemlos. Los geht's mit der Annenpolka, mit liebevollen, liebevoll dirigierender Roman Swabek. Annen oder Annenpolka? Denk nicht immer nur an dich, Kari. Es ist die Annen, die beliebte Annenpolka zum Annenfeiertag. Wir haben einen Prater gefeiert. Das ist was anderes. Das ist die Feuerfestpolka. Robert Hiseks Lieblingspolka, ein ehemaliger Zeremonienmeister des Opernballs. Verse, Spitze, Wechselschritt heißt die Parole hier. Und natürlich Schleierkraut. Das ist der Einzugsmarsch aus dem Zigeunerbaron. Passen Sie jetzt auf, was die Herren tun. Die formieren 60. Opernball. Oder rückwärts gelesen. Labenrepo 09. Vollkommen richtig. Andreas Spörri hat wieder am Dirigentenpult Aufstellung genommen. Den kennen wir alle, spätestens seit dem 1. Jänner. Neues Konzert. Radetzky Marsch, richtig. Eine deiner Vorfahrenen war ja mit dem Radetzky verheiratet, gell? Sehr wichtig. Tante Tuti. Eine erste Verbeugung. Ja, Anji Desai im Vordergrund mit ihrem Partner. Shakti Perwani, beide aus Mumbai. Das ist Livia Zanella. Mit Cosimo Lippe. Genau, die Eltern begeisterte Italien-Freunde. Das ist Laurin Wurm, der Sohn von Erwin Wurm. Er tanzt mit Isabella Fabiaska. Und das ist die Loge. Die Desi vorne, hört sich sehr. Geri Kessler hinten. Mittlerweile der Clip-Clap-Galopp. Zum ersten Mal ein Galopp bei einer Opernballeröffnung. Jakob Marbo, Sohn des Emelie-Kulturstadtrats Peter Marbo. Hat so einen Spaß. Ferse, Spitze, Wechselschritt. Aber so bescheiden bleibt es nicht. Eine der ehrgeizigsten Choreografien, die ich hier jemals gesehen habe. Schwing, 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 Schwing. Ein bisschen von Star Wars inspiriert Gott mir vor, diese Choreografie. Wie kommst du da drauf? Das möchte ich jetzt wissen. Schau. Das möchte ich mir vorstellen. Dazu den Sound. Crack oder Soundefacts. Da bitte bilden sich jetzt Windmühlen. So heißen diese schönen Drehfiguren, bei denen traditionell das Schleierkraut hochgehalten wird. Das ist eine Schleierkraut-Orgie. Aber eben auch Pfeilchen. Alexander Rundberg kann sich ein bisschen entspannen. Jetzt eine Pulka-Einlage und wir beten, dass die Grönchen halten. Bei diesem Tunnel, so nennt man diese Aktion Elisabeth Zwerbeck rettet, was zu retten ist. Wie rote Verkehrspolizistinnen stehen sie da. Die Lustschreie, die Sitten verfallen, die Sitten verfallen. Flash war das, klarer Planiger, toll geflasht. Spitze, Ferse, Wechsel, Wechsel, Schritt. Wenn das nicht Star-Wall-Einlage war, das kann mir keiner sagen. Übrigens, das ist ein Clip-Club-Galopp aus der Operette Waldmeister von Johann Strauss. Aber was sage ich dir, du bist ja eine Operette-Freak, wie ich keinen Zweiten kenne. Das ist sehr gut. Geschafft, gewonnen. Und schauen Sie, wie schön die dastehen. Als hätten sie sich keinen Zentimeter bewegt. Also wirklich sehr, sehr beeindruckend. Diese ehrgeizige, aufreibende Choreografie. Es ist so gut geglückt. Freude bei der Wahlmutter und natürlich auch bei Roman Svabek, der sich das getraut hat. Und bei den 156 Paaren erst recht gut haben sie es gemacht. Er droht. Nein. Nein, ich glaube, er zeigt, dass der Donauwalzer ertönen darf. Katharina Knobloch freut sich schon drauf. Mit ihrem Ferdinand. Und auch Cosimo Lippe und Livia Zanella. Cari, Sie spielen unser Lied. Ja, es hat schon was Befreundes jetzt, glaube ich, noch an dem ganzen Stress und allem. Was zum Stress? Richtig, die Damen und Herren da unten. Auch Applaus von den beiden Präsidenten. Und von den Kindern. Günter Humberg applaudiert mit. Es ist ein großer Neffe, der hier erfolgreich eingetanzt ist. Und gleich werden historische Worte ertönen. Nein, nicht Sesimus von Überrein, sondern... Aber erst mal Applaus. Aber im Vordergrund die Debütantinnen und Debütanten. Wer sagt's? Das Kommando? Alles Walzer! Alle sagen, alles Walzer. Dann muss es gelten. Meillere und Bomingo. Glaubst du, hat einen Tanz versprochen? Das ist die Loge von Barbara Mayer. Sie ist diese wunderschöne, rothaarige Dame, die mal Germany's Next Topmodel gewonnen hat. Das ist ja rausgekriegt. Germany's Last Topmodel ist jetzt schön. Aber sie war ja beim Alfons im Interview eine wirklich sehr... Sehr sympathisch. Kann man nichts sagen. Kann man nichts sagen, sagt man in Wien, wenn man nichts Negatives sagen kann. Wir werden Sie ja später vorstellen, die Münze. Münze-Österreich, wen sehen wir da? Gerhard Starrsig, Chef der Münze-Österreich. Herbert Schultes, oder Hubert Schultes, links, der Generaldirektor der Niederösterreichischen Versicherung. Wen sehen wir noch? Den Bundespräsidenten sehen wir. Für Roman Swabek ist die Arbeit nicht zu Ende. Er sagt ja auch noch die Publikums-Kathrin um Mitternacht um zwei und um vier Uhr früh an. Aber ein Stein ist ihm schon von Herzen gefallen. Jetzt drängt es sich schon ziemlich. Ja, das ist die Eva Dichern, Christoph Dichern im Hintergrund. Und ein berühmter Musiker und Gastronomen, der hat anrufen lassen, dass er seinen Vornamen richtig ausspricht. Soji Hattori. Zufrieden, Herr Hattori? Ich hoffe auch. Brook Schultz. Und der Mann dahinter ist Herr Warsek, der hat einen herrlichen Beruf, die Zeit arbeitet für ihn. Also was macht er? Er ist schon jetzt gewirkt. Ich glaube, Brook Schultz hat die Zeit schon angehalten. Mit wessen Hilfe er immer? Das ist die Loge von Tourismus Wien. Das ist der Wiener Tourismuschef, ganz genau. Robert Kettner. Leichte Schnupfer. Leichte Schnupfer. Thorsten Kausch, der ist zuständig für das Marketing in Hamburg. Und die Frau Brauner habe ich noch gesehen, nicht, dass ich sie vergesse. Marketing in Hamburg muss auch sein. Ich habe jetzt kurz gesehen Wolfgang Porsche, der getanzt hat hier inmitten des Schleierkrauts. Mit oder ohne Krönchen. Ah, der wird jetzt gestritten werden mit dem. Tanzt auf rechts meine Frau. Meine wunderschöne Frau. Birgit Zahrater. Nein, das ist nicht meine Frau. Dahinter rechts ist meine Frau. Für diese Frau hast du mich stehen lassen. Ich verstehe es. Ich verstehe es, Kari. Sie schreibt ja gerade, wie gut du wahrscheinlich warst. Genau. Christian Konrad. Wie gut du wahrscheinlich warst. Wie gut du wahrscheinlich warst. Wie gut du wahrscheinlich warst. Sie schreibt mir gerade, weil komischerweise kommt nichts zu mir durch. Ach, nein, du lässt dein Handy abgedreht, Kari. Das ist wieder die Romberg-Loge. Das muss der Bruder von Herrn Romberg sein. Genau. Stolze Opa. Der Vater von Alexander Romberg ist ja Hubert Romberg. Jetzt geht die Edith Zimmermann gerade weg. Aber wir haben sie früher gesehen. Eine fische Frau. Es war im Slalom. Du erinnerst dich natürlich dann. Selbstverständlich. Ja, Christoph, das sind... Johnny Talbot und Adrian Ronhoff. Genau, ganz richtig. Die haben die VIP-Hostessen ausgestattet. Eigentlich kleidet. Was habe ich jetzt gesagt? Ausgekleidet habe ich wirklich gesagt. Ausgekleidet. Und Jean-Claude Gittroix. Ach, schau. Der spitzt die Ohren. Ist das der? Ja. Okay. Ich bin jetzt gespannt, welchen Tänzer sich die Barbara geangelt hat. Womöglich den Chef. Ja. Ja, ich sage auch ja. Der 60ste Opernball ist eröffnet. Es war eine wundervolle Eröffnung. Und jetzt beginnt das rauschende Fest. Neben mir ist Ballettdirektor Manuel Legris. Sind Sie zufrieden mit Ihrer Truppe, mit Ihrer Kompanie? Ja, ich bin sehr, sehr glücklich. Sehr, sehr glücklich. Dann bleibt mir eigentlich nur noch eines. Darf ich bitten? Sehr gut. Ja, liebe Miriam, jetzt wäre es endlich einmal in der Zeit, ein berühmtes Zidat uns als Nachricht und Gottes Armin Wolf anzubringen. Du meinst, das war jetzt nicht meine Frage? Nein, ich meine, und damit verabschieden wir uns von den Zusehern, die via Dreisat mit dabei waren. Das meine ich auch nicht, weil die Dreisatler bleiben Gott sei Dank bei uns. Aber die Bayern gehen jetzt weg, bitte. Aber Tipp von uns beiden, wenn Sie weiter beim Operball bleiben wollen, drehen Sie jetzt sofort auf Dreisatler. Ja, und schicken Sie uns vielleicht nach wie vor ein Foto von Ihnen zu Hause. Wie schauen Sie uns heute Abend zu? Oder vielleicht haben Sie auch Nachtdienst und müssen arbeiten und schauen uns aber trotzdem zu. Umso lieber her mit den Fotos. Wir haben schon viele bekommen. Von Hunden, von Katzen, von verschnupften, kranken Menschen, von gesunden, beim Sacha-Dürstel-Essen. Ja, damit wir freuen uns sehr. Kari und Christoph schauen sich die nachher auch nochmal ganz genau an und wir zeigen Ihnen, wie Österreich denn so zusieht. Also, auf Dreisatler. In diesem Sinne, Alfons, darf ich bitten, weil wir sind alle schon dabei. Ja, du darfst dein Hashtag, du darfst alles. Also dann, bis gleich. Ja, du darfst dein Hashtag, du darfst dein Hashtag, du darfst dein Hashtag. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.